Ich wollte nur noch etwas kommentieren, weil ich das so nicht aussteuern wollte im Raum. Und zwar haben viele von euch wahrscheinlich ein Säckle gekriegt beim Bahnhof von den Neos mit einem Gipfeledinner und einem Flyer. Und ich finde das angesichts dessen nicht okay und wollte es nicht unkommentiert lassen, aber wenn wir uns anschauen, wie Neos in Vorarlberg bzw. Gerald Lohacker, der Nationalratsabgeordnete für die Neos, ist aus Vorarlberg, wie der unsere Klimastreiks kommentiert hat oder auf Twitter davor vorgegangen ist. Nämlich, ich kann es gerne vorlesen, ein Moment, Gerald Lohacker twittert, es gibt keinen Grund der Schule fern zu bleiben, die vom Steuerzahler für mich finanziert wird. Meinen Einsatz für die Umwelt und den Klimaschutz leiste ich in meiner Freizeit. Und ich würde sagen, da hat der Herr Lohacker ordentlich was nicht verstanden. Und mit dem Hintergrund, sich so eine Veranstaltung, wo sich so viele Schülerinnen und Schüler die Zeit nehmen und die Konsequenzen irgendwie riskieren, zum Zeichensetzen, so auszunutzen und für Wahlkampf instrumentalisieren, finde ich nicht okay. Und ich will jetzt da keine Parteiprogramme oder sonstiges schäden, aber ich wollte das nicht unkommentiert im Raum steuern, weil das ist nicht okay, wie der Matthias Strolz da gehört. Dankeschön. Applaus Vielen Dank.